Musik Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hertha Genau, die letzten drei Spiele Ja, es regnet, sehe ich gerade Ach, hi Ja, heute zu Gast in Nürnberg Auf geht's Drei Punkte sind unsere Ja So, da sind wir auch schon in diesem Stadion, wo es gerade regnet Wie aus Eimern Ja Mehr ist nicht dazu zu sagen So, da sehen wir es nochmal Elfter gegen Sechzehnter Not gegen Elend Also wir sind Not, wir sind Elend Sozusagen Naja, gut Ja Genau Da kommen sie auch schon Die Jungs Der Schrecker ist auch in Kampen, ne Okay, auf geht's Oh, 37 ist der schon Krass, ey Ab jeder Der Peter Oh nein Ich würde nach oben passen Also nicht nach da oben So Länge Zeit nicht gespielt, also Lass mal wieder reinkommen Ja, ja Unser Unser Schade Schokolade Augenblick Den hätte ich fast gehabt Torwart Was macht der Alter Eiert er da rum, ey Ich glaub's ja nicht Boah Schiri Alter Ja 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 Genau Gut Jetzt machen wir mal ernst Gut Schade Schade Nein, nee, nee Mist Mist ein bisschen zu schnell gewesen kriegst du noch locker der kundlein nicht schlecht wir gehen gut in die Zweikämpfe auf jeden Fall Ah nein, nein, geh doch mal raus mit den beiden Nein, 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 nein Oh, ich habe noch mal Glück gehabt hier Das hätte eigentlich ein bisschen weiter gehen Oh nein, da ist zu doll Oder? Ah, schickt ja noch Kämpf Oh, sehr schön. Eieie, der Witzgeil. Eine hohe Bälle bringt mir wahrscheinlich nichts gegen den Dach. Ja, guck, guck, guck. Ja, ja, ja. Jetzt musst du laufen. Oh, wie geht der denn, ey? Also, geflankt hab ich auch schon mal besser. Ja, nicht schlimm. Nein, zwei Leute und keiner kriegt den Rat, ey. Ein Brennensound. Oh, nein, nein, nein. Twitter. Hä? Da muss ich gar nicht... Mann, ey. Da müssen ja auch mehr fallen. Keine Ahnung. Schwache Füße. Ja, ja. Jetzt rutsch ich auf den Boden. Schulz, 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 Schulz. Rein in... Ach, Mist. Nein. Hat er sich auch kochen lassen. Ja, weiter. Unter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Sauber Sache, Alter. Ein Tor wär jetzt schön. So kurz vor der Halbzeit. Zum psychologischen Zeitpunkt. Nein. Nein. Schade. Nein. Schade. Nein, ich wollte da drüber passen. Nein. Ich wollte da drüber passen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dann kommt noch dasselbe weg. Ihr Freund alleine kommt sie sowieso nicht. Nein. Also, ich mach kreux. Halbzeit, 0 zu 0. Fazit? Äh, ja. Ist okay. Ein Tor wäre nicht schlecht gewesen, aber so eine richtig gute Chance hatten wir jetzt auch nicht. Ja, alle beide Seiten nicht. Ja, wir neutralisieren uns gerade hier gegenseitig. So, dann schauen wir mal. Ja, ausgültig. Weiter jetzt. Wir starten um Halbzeit 2. Ist schnell, warum ist das nicht so schnell? Ja, ich kann da rein. Nein. Du schießt heute... Mhhh, bliz, 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 bliz! Oh Gott, damit... Ohhhhh! Ach... Ouh, ich hab das... ach, sauer hey, das gibt's doch nicht, dass die jeden Ball abfangen wird oh, wir haben auch noch den eigenen Mann hier umhauen ja, es war der Regen, der Regen ist schuld Mann, ey lass doch weiterlaufen, ey lass doch weiterlaufen ich hab doch gedrückt, ey alter na gut, dann nicht alter alter Elfmeter naja ne nein, Abstoß, das gibt's doch nicht ey Mann, ey, der Schiri macht uns hier als ganze Spiel kaputt hier wer schuld, der Schiri, nein, natürlich nicht doch ja, renn doch mal richtig da was war, ey ah, Benatira macht's jetzt schon warm da an der Säckenlinie, hab ich gesehen danke oh oh alter ist der am ziehen nein, nein, nein das hätten wir ausnutzen müssen ich bin blöde manchmal oh, ich hab nur angetippt, ich hab nur angetippt hast du gehört ich hab nur angetippt hast du gehört ja ich hab bereits gesagt dein blick reicht ja was haben wir denn hier noch, Schönhet nicht viel na, Strecker muss auf jeden Fall raus ja, bei wem naja, O'Neill der hat ja auch schon ein Tor geschossen ein wunderschönes Kopfballtor mal sehen, vielleicht bringt er ja mal ein Tor so ja so war's gedacht die blödesten Pässe hier ja, was, ich musste irgendwo 10 Stunden konnte auch immer noch ein Bein zerschmeißen mal Mann, ey ich hab das Gefühl, die sind alle lahmarschig dann noch ein Rückstock aus der Garage und dann passt das schon ja spring nicht spring nicht, ist schon gut du musst nicht springen du musst nicht springen ok den Krieg nicht ich musste passen nein hab, oh, oh, oh nein anders ging's nicht mehr sonst hätt ich ihn bei ganz verdammt haben wir ja so auch immer boah, alter schrie so, dann bringen wir nochmal Mayuka hier für Shiva der hat der mal gar nicht gebracht heute noch mal auf dem der 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 heute nix Das ist ja auch geil. Ich hätte einfach verkehlt. jetzt ach schade man ey es muss doch langsam alles das ist natürlich schieber draußen aber das kacke zack ab zack ab zack ab nein da ist immer einer zwischen heute so ich lauf nein nein ich wollte nicht abstoppen ich wollte reinlaufen und vorhin lassen da habe ich gar nicht umgepasst war ja klar dass wir am 19 das gegentor kriegen ja nicht die arme heben weiter laufen so peinlich ganz unsere klatschen und die bedanken sich bei den fans dass sie mitgekommen sind ja aber auch nicht verdienen ganz ehrlich punkt ja vielleicht noch aber okay da sind die anderen ergebnisse ist auch egal ehrlich gesagt die tabelle hat sagt die aus zehntag nee zwölfter so okay ja auch stecken tun wir auf jeden Fall schon lange nicht mehr gut wir sehen uns beim nächsten spiel gegen bolzburg glaube ich war ja genau alles ja das pack mal bis dahin tschau tschau